Hallo, ich bin der Kellermeister vom Wein mit Leo Hellinger. Ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen bei uns in die Winterarbeiten im Keller. Derzeit ist eine sehr besondere Zeit, draußen ist noch sehr kalt, aber im Keller geht es natürlich schon so langsam los. Wir bereiten derzeit unsere klassischen Weißweine zur Füllung vor. Wir ziehen unsere Lighter-Works-Sachen so langsam von der Hefe ab. Diese Winterzeit ist für uns eine ganz besondere Zeit, da im Moment der Hauptteil der Entwicklung nach dem Herbst stattfindet. Wir geben uns hier im Keller große Mühe, unser Haupt-Wein-Machgeschäft über die Ernte zu erledigen und den Weinen dann eben die nötige Zeit zu geben. Ganz im Ruhe lassen können wir es uns dann doch nicht, weil, wie gesagt, unsere weißen Klassiker kommen jetzt wahrscheinlich schon im März, Ende Februar, Anfang März auf den Markt. Dementsprechend gehören wir uns da derzeit schon ein bisschen drum. Wie gesagt, bei den Holzblättern, die ihr hier hinter mir seht, das ist jetzt unser sehr angenehmer Job, die immer wieder zu verkosten, zu schauen, wie weit sind die Hefen, wie weit helfen die Hefen noch, können die Hefen noch schützen, ab wann müssen wir da eventuell dann doch mal Hand anlegen, obwohl wir es nicht wollen, aber manchmal muss es eben da doch sein. Und genau, draußen ist im Moment High Life. Wir sind voll im Winterschnitt, das heißt unsere 115 Hektar Reben müssen jetzt geschnitten werden, die Reben müssen aus dem Drahtrahmen entfernt werden, die Reben müssen gehäckselt werden. Die Hauptarbeit ist sicherlich der Winterschnitt. Da haben wir ein Experten-Team am Schneiden und wenn ihr Lust habt, dann nehme ich euch jetzt ein bisschen mit raus zum Weingarten und schauen wir uns das mal an. Hallo, wie ihr uns schwer erkennen könnt, sind wir jetzt in unserem eigentlichen Wohnzimmer angekommen, nämlich in unseren Weingärten. Das ist eigentlich der Ort, wo das meiste, was unserem Herzen passiert. Derzeit sind wir, wie gesagt, schwer mit Winterschnitt beschäftigt. Das heißt, man kann es hier recht gut erkennen. Wir schneiden jeden Winter alle Reben auf eine Route zurück. Der Rest vom Altholz wird aus dem Drahtrahmen entfernt. Das heißt, wir schneiden hier einen Bugel an. Den Rest nehmen wir aus dem Drahtrahmen raus. Und genau, das ist unsere Beschäftigung für die nächsten oder war unsere Beschäftigung in den letzten Monaten und ist unsere Beschäftigung noch ungefähr für drei Wochen. Im Anschluss werden unsere Weingärten wieder schick und fein gemacht. Das heißt, wir bessern den Drahtrahmen aus, wir erneuern die Haltevorrichtungen und dann im Anschluss werden wir den einen Bügel oder die Route, für die wir uns entschieden haben, hier unten auf den sogenannten Aufbindedraht aufbinden. Genau. Und dabei dürft ihr uns jetzt viel Spaß wünschen. Bis zum nächsten Mal.